HMM Oh, da sind aber ne Menge Ok, das ist nicht so gut Wir sind doch zu zweit Das darf doch nicht wahr sein Oh Ping! 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 Na gut Halt das Ding Wauwauwauw Alter Da war aber ganz schöner Failsmite Oh ja, also sind 5 gegen 2 Warte schon, ja Weil er nie fährt Auf Ärger aus Scheiße mal, was machen wir denn jetzt? Ok, doch mal Ja Da raus Jawoll, 2 für 1 Oh fuck Oh, jetzt gehts los Jetzt gehts richtig los Scheiße, komm schon Oh oh Fuck Alter, das ist doch nur Anivia und Wukong Hm Komm schon, schieß da rein Das war Mein Gott, schieß doch einfach irgendwo blind Awww Mapp, mapp, mapp Sag mal was ich jetzt hier in die Falle boxiert Mit dem Nivea da rein Mit dem Nivea da rein Ja gut Nice one Hammer Ja, warte die Aktionen bitte Ah, ja, random sind doch was Lost Oh eh Sag Katarina ist irgendwie cool Die haut gut Damage raus, aber die ist ein bisschen squishy. Oh oh, gut dass die Ashe schon mega gefeedet ist. Was hat die denn? 6-3. Tja, jetzt schon 6-3. Es ist Mitte schon wieder, es ist all mit Ausnahme von Ashe. Ach du Scheiße. Da fliegt der Rumble. Und wieder ist es. Ich sehe uns, die sehe die schon gleich towerdiven uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute wieder ist es, kann echt nicht wahr sein. Boah. Alter was die für Damage haut. Das darf doch nicht wahr sein. Ist ja ekelhaft. Oh fuck. Ach du Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Dieses Wichs-Ei ey. Meine Fresse. Oh. Das war knapp. ig hinsch ab. Und das ein Hextech. Dann würden wir uns erst Mal Hextech... ...θηbaren dafür noch... D hold da... Mein Gott. Triff doch. Oh Man. Wer wunderbar nicht getroffen. Hippipora. nice und rumble da wieso geht rumble da rein wenn da wukong und anivia stehen da ist fett anivia nein wird noch nicht aufgegeben wer möchte denn x shy wer ist denn x shy rambl damit auch du wichser die Leute wie krass die den tod diven das ist ja der hammer meiner am arsch junge am arsch wolltest du den abziehen du wichser da ist der pfeil voll vorbeigeflogen du wichser da der will aber jetzt nicht wirklich im ernst wenn wir weggehen da ist er oh man ja was soll ich dazu sagen keiner weiß wohl ist ja so wieder ja im jahr ist schon level 18 leuchte level 12 du für ein level 14 level 17 nice krass alter die hat 250 creeps weil ich es kann toll was ist game von der ja hier ist 5 1 ich glaube die 250 creeps sind ein bisschen wichtiger ja das auf jeden fall alter ein wichs treffer boah alter voller geh mal schnell zurück ok wir werden das manche jetzt extrem fett er ist nicht da auf jeden mit sicherheit kollega wenn du gestandt kriegst du ja tot Und auch nicht. Alter. X-Damage hat das denn bitte gemacht. Nice. Schauen. Reicht halt nicht, ne? Reicht nicht ganz. Nothing to do. Faszinierend. Haben wir einen AD, Tarik? Bist du AD, Tarik? Immer. Ich spiel immer AD, Tarik. Okay, nehmen wir das. Das ist im Nibjahr. Alter, was ein Schaden. Ah ja, lol. Ich muss doch kämpfen. Ich sollte... ...nicht weiter kämpfen. Ich sollte rennen. Ich sollte schneller rennen. Oh ja. Ich sollte extingick sein. Ich sollte ohne das gehen. Ich bin devast clips, wissen Sie da. Ich war kurz aufg steals Minebox. Unde assim sind der Fall auf. Ich werde den nicht aufg�bek. Die ist klarer der Fall im locken. Ich werde die Linken in mir mit wäre sowas von keine schnitte der mensch raus das ist der hammer einfach nur ja gut mit level 18 halt das ist auch nicht anders zu erwarten der buchon etwa hier in der mitte wird absnicken ich komm mal versuch von hinten zu kommen naja ich glaube da ist nur wukong alleine wenn dann wird es so gefährlich weil ich weiß nicht wo die anderen sind oben hast gesehen du pusht dennis ähnlich ach ja 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 jetzt ist er nie wieder in der mitte so warte mal bitte oh nein bin die scheiß ash ich bin level 17 ist ja schon level 17 oh man man wird nicht gesehen ich weiß doch mich auch ich auch drauf für nur nah entzögern ja darf ich was er kommt So was Unfaires! Boah, fuck, ey! So was Unfaires! Am Arsch! Die hätten wir voll gebumst! Fuck, das lief richtig gut, ey! Dann kam irgendwie der Schmuckele da an! Ich mach den unverwundbar! Puh! Na, komm, Scheiß drauf! Das können wir aufgeben! Oh, Spannung! Dann spielen wir noch ein bisschen! Dann spielen wir gleich noch ein bisschen! Miauu! Zuränder... Punkt! 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 Weißt du, ich hab mittlerweile sechs Attacken! Das kann echt nicht so schwer sein, jemanden zu töten! Ich bin echt der Pro-Nuker. Eigentlich müsste der Tod umfallen. Ja. Mach das doch mal. Ja, genau. Ja, mach ich jetzt auch. Bei Nesha. Auf jeden Fall. Mach das bei Nesha. Ich mach das jetzt bei Ash. Na ja, ist klar, dass er nie hier mit dabei ist. Wille macht ihr nicht. Ah, das ist noch ein paar mehr. Alter, der Froschschuss hat 1200 Damage gemacht. Hast du gesehen, wie ich die genuket habe? Ja, hast du gesehen, wie ich jetzt verrecken werde? Alter, wie ich überhaupt keinen Schaden mache. Lol. Scheiße, die mich genuket hat. Man, nice, ey. Was denn noch 200 Schaden aushält? Lecklicher Marsch. Was hat er denn geschafft? Worauf spielt er denn? Scheiße, falsche Taste. Tank. Oh, Tanky. Ja, okay. Gut, dann gewonnen. Ich brauche erst vier Gegenstände. Dreieinhalb. Ach, mein Gott. Alles Noobs. Eindeutig. Ja, genau. Sei vorsichtig. Oh, schade, Rumble. Das war wohl nichts. Na, aber Lee macht gut und all die Toaster kaputt. Gehen wir gerade hin. Nach oben, oder was? Alter, die sind schon wieder zu dritt da oben. Verlebt mir noch die Eier, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Dann soll ich auch schon den AFK-Man. und kommentiert nicht mal mehr. Doch. Natürlich. Warte hier. Ja. Natürlich. Ich bin voll da. Blut für Noxus. Ich musste gerade dringende Sachen bewältigen. Na, was steht denn auf Bild.de? Nein. Ich habe gerade nur eine Statusnachricht von Christian geteilt. Uh, was zahlt er denn geiles? Geht vor 17,30 jeden Tag. Miau. Okay, das Miau nicht. Gildwurst Miau, genau. Teil 2 der bekannten Saga. Jetzt bei Pizmi. Ja, genau. Gildwurst Miau. Ich bin hier voll am, hart am kommentieren hier gerade. Ich mühse mich nur immer wieder. Ach so. Wenn ich nicht rede. Wie mühtest du dich, wenn du nicht redest? So, ich laufe jetzt mit dem, der am positivsten ist. Katharina. Alles klar. Ja, das ist Tatsache. Da habe ich jetzt einmal ganz kurz in den Townover gehen, weil ich mich gerade angerufen werde. Eine Sekunde. Kurz Aufnahmetabrechung. So, das sind wir wieder. In der Zeit ist tatsächlich ein paar Kampfe passiert. Tut mir furchtbar leid. Nee, ist nichts passiert. Also quasi das übliche Gemäxel. Endlich ist der Schmach vorbei. Ich danke für's Zuschauen. Scheiße, morgen wieder ein, damit wir wieder gewinnen. Das war fast knapp. Oh ja. Tschüss.